Ja, hallo, willkommen zurück zur Forrest. Wir haben wieder scheiß Wetter. Irgendwie jedes Mal, wenn ich anmoderiere, haben wir scheiß Wetter. Ey, Regen ist super Wetter. Ja stimmt, eigentlich für das Wasser ist halt super Wetter. Aber so im Umgangssprache ist es halt scheiß Wetter. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir bauen heute mal unsere Basisbüschchen weiter und zum Beispiel ein paar Fallen, falls wir mal ungebeten Besuch bekommen. Ja, genau. Wir hatten da an solche, wie heißt die eigentlich, Schnappfallen gedacht? Matsche, Schmatsche. Ja, das sind dann die Bösen, die da reinlaufen. Ja, richtig. Mal Nebowandfallen. Hierwandfallen, kleine Falle, äh, Dornenwandfallen. Ich fand die eigentlich immer relativ stark, aber wir können einfach mal alle möglichen Fallen bauen. Ich meine, es kostet halbe Ressourcen. Was soll der Geiz, ne? Ja, stimmt. Da finde ich, wollen wir unseren, unsere Insel mit einem Palisadenzaun umzäunen. Eigentlich eine coole Idee, ja. Man hat einfach so drumherum eine Palisade bauen. Direkt um die Insel oder einfach nur dort ans Festland fahren? Nee, wir sagen komplett um die Insel. Also ist jetzt mal Quatsch, weil die ja... Moment, das kostet Ressourcen, ne? Aber das können wir, ich würde es nicht heute machen, aber das können wir auf jeden Fall irgendwann mal angehen, ne? So, genau, Fallen, ne? Fallen, ne? Fallen ist eine gute Idee. Fallen, du bist ja unser Fallenmeister. Ich bin unser Fallenmeister. Ich setze in der Zwischenzeit mal unser, ähm, Zairoche. Weißt du, ich wollte gerade einfach hier so lang gehen, weil ich dachte, die Welt ist schön und lässt mich mal. Nein. Ich, ich... Du kommst nicht einfach so am Grenzpoller vorbei. Ja, wieso, naja, so unnötig, ne? Ich hab hier jetzt einfach mal, äh, Zairoche. Ja, ich seh's. Davor. Weil, warum nicht, ne? Nö, nö, wer hat der kann, ne? Warte mal, ich setze auch mal, ups, hier, ähm, an den Baum da... Wollte ich so einen... Wie heißt denn das Ding? Ach, einen Baumharz-Sammler setzen. Den setze ich hier direkt an den ersten Baum. Mhm. Ähm, so auch gut sichtbar. Der darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Eber nämlich wieder einen Top finden. Ja, gut, ich hab ja auch noch einen. So. Der bringt uns halt über Zeit hinweg, ähm, Baumharz. Wie der Name schon sagt, ne? Der Harz-Sammler bringt uns ins Baumharz. Den kannst du eigentlich auch direkt, glaub ich, am, am gleichen, äh, Baum setzen. Das stimmt, da haben wir dann einen Baum, wo dann... Ja. Hast du zufällig Steine? Ich hab Steine, ja. Vor allem ist es so lustig. Ich glaube, wir überlegen immer, hä, wie können wir was bauen, ne? Und, und fragen uns, wie viele Ressourcen brauchen wir noch. Aber unten links sehen wir ja eigentlich sehr, sehr deutlich, was wir alles noch brauchen. Manchmal sind wir so, solche Noobs. Äh, ich brauch mal noch ein paar Bäume. Hier, ich pfeil mal diesen Baum. Äh, nee, nee, ich hab da hinter... Oh, hier ist eine Echse. Und hier ist eigentlich die Achse, hab ich... Da glaub ich... Die redet mich im Kreis. Ich bin wie verarscht. Das ist wie Sixty. Übergehen mal, dass ich zweimal daneben geschossen habe, ne? Ja, das ist umgeben, ja. Ich erwähne es nicht, okay? Ja, okay. Ich verliere auch darüber kein Wort mehr. Gut, danke. Wir merken niemand. Dass ich einfach von der Echse geloopt wurde. Ja. So, warte mal Fallen. Hasenfalle könnte man auch vielleicht mal bauen, ne? Aber, ja, haben wir ja nie Hasen. Na, ich glaub, wenn du die Hasenfalle baust, sparen dann einfach da drin noch Hasen. Ja, ja. Weißt du, es ist dann einfach so, dass dann halt einfach wie die Wachsen dann sozusagen ist, vereinfacht ausgedrückt. Ja, unsere Hasen... Das ist keine Hasenzucht, sondern ein Hasenlabor oder... Ja, ein Hasenwachstum. Achtung, Bäume rollen. Wäre eigentlich cool, wenn wir hier oben auch nochmal einen Turm bauen würden, oder? Und dann von dem Turm eine Seilrutsche zurück in unseren Lager. Ja, ja, vielleicht sowas genau. Eigentlich eher so als Aussichtsplattform. Aber wie oft benutzen wir solche Aussichtsplattformen? Ja, stimmt. Da sind noch Baumstämme. Oh ja, hier liegen noch welche. Auch wieder Seil. Was gut ist, also irgendwie, ne, wir bauen hier übelst krasse Fallen. Ich würde sagen, wir lassen die beiden dort erstmal, ne? Die sind schon sehr zentral, wenn wir noch mehr bauen, rennen wir nur selber rein. So, die, äh, die Frage ist jetzt eigentlich, wollen wir jetzt, äh, vielleicht doch eher zuerst, ähm, nochmal ein bisschen durch die, durch die Landschaft laufen und einfach nur Fälle sammeln, Mhm. Damit wir diese ganzen Beutel upgraden können, damit wir es dann mit dem Bauen einfacher haben. Ja, an sich ist das ein guter Punkt. Weißt du, wir können, wir haben ja, wir können ja, wir können ja jetzt natürlich anfangen, einfach irgendwas zu bauen, aber wir können auch sagen, wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen durch die Gegend, holen ein paar, äh, also machen jetzt keine Höhlen oder so, weil da sind wir jetzt noch nicht gut ausgerüstet, aber wir holen uns einfach ein paar, ein paar, äh, Hasenfälle, ein paar Rehfälle und sowas, und machen uns einfach die ganzen Beutel, damit wir es dann einfacher haben. Ja. Komm mal, hier sind zwei Schildkröten. Äh, ja, warte, ich muss hier erstmal gucken, wo, wo ich den Langlaufen darf zwischen den Fallpfeilen. Ja, in der Mitte. Ja, ich muss hier nur gucken, wo die Mitte ist. Den Dreischildkröten. Ja. Direkter Kopftreffer. Ich platziere direkt mal die anderen beiden Sachen daneben. Äh, äh, was ist denn? Der Schildkrötenpfad ist sonst wo hingeschneppt. Ja, bei mir aber auch. Wir können die gleich platzieren und dann nochmal zweier sammeln. Da sind ja noch zwei. Und solange es regnet, ist ziemlich gut. Wären die gleich voll. Ja. So, äh, platziere du mal den ersten, ne? Nicht, dass ich die wieder ganz komisch baue. Ich würde die halt nicht in zwei Reihen bauen, sondern vielleicht, man könnte die hier hinterherum bauen, sonst alles zentral sieht aber blöd aus, ne? Wir können aber auch hier so ein bisschen am Wasser das Lang bauen, ne? So hier so. Na gut, ich würde es nicht so nahe Eingang ans Wasser setzen, weil, äh, wirklich umzäunen wollen, brauchen wir halt noch ein bisschen Platz. Dann platziere du erst mal und dann setze ich mir jetzt einfach daneben. Dann bauen wir noch mal da hin, oder? Okay. Und du kannst dann da vor oder daneben setzen. Oh, ich würde gerade noch durchlaufen, weil du noch ein Bauern warst, ne? Und dann Schildkrötenpanzer ges- Das ist so dumm! Es ist einfach wirklich so dumm, dass man da nicht durchkommt. Weil hier ist auch so ein Riesen-Russe. Ja, aber hier ist er einfach vollkommen egal. Aber wie ist die Schildkröten? Äh, keine Ahnung. Die haben von unserem Vorhaben mit Wind bekommen, ne? Ja, ja. Die sind einfach zu Hause gegangen und zack, weg waren sie. Ja. So, warte mal, ich wollte eigentlich mal die Seilrutsche ausprobieren. Wieder. Ja. Vor allem, weißt du, wie der Satz einfach unterbrochen wird, nur weil ich mornen wollte. Ja, ja. Du hättest das gleich noch mitnehmen können. Hast du es mitgenommen? Ich habe es mitgenommen, ja. Okay. Du kannst gleich auf den Grill hauen. Ja, da ist jetzt eigentlich so noch ein Ding noch mehr Leben. Ja, warte mal. Du voll mitleben? Ich bin voll. Aber warte mal, ich platziere mal noch ein, zwei Trockengestelle. Weißt du, weil einfach... Toll, das ist denn jetzt das kleine Fleisch, das erkennt man ja gar nicht. Na, du gehst einfach zu dem Trockengestell, hängst du... Ja, das Trockengestell siehst du so. Ja, nee, da hängst du einfach alles hin, was du hast. Und das, was übrig ist, ist kleines Fleisch. Ja, ich habe ein großes Fleisch gebraucht. Okay, gönn dir. Ich habe mal noch zwei kleine drauf, ein großes und zwei kleine sind es drauf. Bist du eigentlich mittlerweile voll mit Leben oder noch nicht? Immer der Hälfte, darum esse ich ja die ganze Zeit wie du blöder. Ja, okay. Ich bin langsam voll. So, ich habe da jetzt auch noch mal ein kleines Fleisch drauf gehauen, kannst du gleich doppelt abspeisen. Abspeisen. Dann nutzt du mal deine Seilrutsche, dann haben wir richtig cooles Bilder, wie du die Seilrutsche rutschst. Und wenn nicht, dann stirbst du ab und stirbst, dann haben wir auch coole Bilder. Win-win! Aber die Seilrutsche ist gut platziert. Beim letzten Mal hatten wir so Probleme und mussten zwei Dinger nebeneinander platzieren. Also, was ist beim letzten Mal bei angespielt, ne? Ja. So. Okay. Das sind wie so ein Blöder. Ja gut, du meintest, wir sollten jetzt nochmal losgelaufen und Fälle sammeln. Ja, einfach nochmal ein bisschen Leder formen, damit wir die ganzen Dinger herstellen. Weil wie gesagt, wenn wir die einmal haben, dann haben wir sie halt. Dann müssen wir nur noch jagen gehen für Essen. Wasserschlauch kannst du mit zweimal Hirschfell herstellen und einmal Seil, ne? Also zwei Reh. Ja. Das wäre schon ziemlich gut. Eine Sperrtasche brauchst du zweimal Reh und zweimal Wildschwein. Gut, Wärmeanzug sind hier nicht in der Mitte. Ja gut, alles, wo wir Wildschwein brauchen, lassen wir vielleicht erstmal auf dem Vor. Oder ist da irgendwas Wichtiges dabei? Ja, nee, eigentlich. Höchstens die Sperrtasche halt. Die Sperrtasche ist schon ziemlich cool. Ja. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf Hasen. Ja, aber die Stocktasche, die Steintasche und was gab's noch? Stocktasche, Steintasche, Sperrtasche. Ja gut, Sperrtasche. Dann Beutel für kleine Steine, Köcher. Genau, für Köcher brauchst du nur Hasenfeller. Köcher hab ich schon. Okay. Hast du auch immer das ganze Reptilienfell ausgerüstet? Ach nee, warte, was muss ich noch mal machen? Wo ist denn das? Das ist ganz rechts irgendwo. Wagen. Ihh, sieht aus wie so eine Echse. Ja, voll. Du hast ein bisschen Schuppen an der Hand. Oh, ich seh aus wie eine Echse. Vielleicht hab ich eine Schlangenzunge oder was? Ja, da war ich mal Echse. Äh, Echse-Man. Also gleich noch Stücke und Blätter sammeln. Ja, stimmt. Bei allen Dingen, wer weiß, was du da jetzt mit Bären angebaut hast. Vielleicht hast du da jetzt irgendwelche giftigen Bären angebaut. Das ist unser ganzes Feld. Da steht jetzt aus drei Alu-Bärer, welche Gift Bären. Der Rest Chicoré. Irgendwas, was du nur in Kombinationen... Chicoré geht ja noch. Chicoré kann man essen. Kann man essen? Ja. Also können wir im Spiel essen, meine ich, ja. Wenn du Chicoré im Normalen essen kannst, kann man, glaube ich, Chicoré auch im Spiel essen. Das ist ja unsinnig. Was meinst du da? Ist okay. Also am besten wäre natürlich jetzt ein paar Rehe, aber Hasen wären auch klasse. Und Echsen. Eigentlich alles. Ja. Perfekt. Und da haben wir auch gleich wieder Fleisch. Fleisch ist auch gut. Vielleicht wollen wir noch mal dahinter hingehen oder wollen wir jetzt einfach mal hier auf der anderen Flussseite bleiben? Ich würde sagen, wir erkunden hier einfach mal weiter. Okay. Bisschen aufregender zum Zuschauen, ne? Oh, Pilze. Die kann man auch mit dem Beutel aufsammeln. Kann man? Ja. Da musst du jetzt nicht diesen Test machen, schlecht oder gut, ne? Aber du weißt halt nicht, ob der, weiß ja trotzdem nicht, ob der Pilz dann gut ist oder nicht. Rehbrauner Dachpilz. Ja, du isst einfach mal einen und dann wissen wir das schon, ne? Nee, nee, ich hab die Bären gegessen, du bist mit den Pilzen dran. Ich glaub, der Rehbraune Dachpilz ist okay. Die Pilze sind dein Revier. Oh, die sind zwei Hasen. So. Erwischt. Sehr schön. Danke. Ich gucke mal, wo ich den anderen noch finde. Mhm. Vor allem eigentlich, ne? Dadurch, dass wir das schon durchgespielt haben, sind wir irgendwie so ziemlich abgestumpft, was dir das Metzeln von irgendwelchen kleinen Häschen und alles betrifft, ne? Ich glaub, wenn man das Spiel halt nicht kennt, und dann, das ist schon... Oh, ein Hase. Dann liegt nur so ein gehäuterter Hase da. Oh, egal. Man kann das Spiel, glaub ich, auch als Vegetarier durchspielen, indem dich halt... Also, da gibt's, glaub ich, auch eine Steam-Errungenschaft. Ja, stimmt. Oh, da ist ein Wilder, links von dir. Oh, scheiße. Scheibenkleister, meine ich. Verzeihung. Da sind ein Stein. Ja, dann lass mal uns hier so aufs Offene, dass wir den nicht angreifen. Ich glaub, halt am Anfang, wenn man sich nicht allzu stark aggressiv zeigt, greifen wir ihn auch nicht gleich an. Ja gut, aber wir haben uns halt sehr aggressiv gezeigt, weil ich halt immer mich durchschmetzen musste, um dich vom Boden aufzukreifen. Ich glaub, ne schöne Landschaft. Ja. Aber unten am Wasser finden wir, glaub ich, vier Leguane. Ja, das... Hier rennt grad einer... Naja, der ist zu schnell. Leguane... Ach, die zwei, die sind sau schnell. Du, aber pass auf, ne? Ich hab's grad eben wieder hinter mir gehört. Hm, Knorren, ne? Ja. Ja, die verfolgen uns, die gucken uns nach. Solange die uns nur verfolgen und gucken und nicht anfassen, ist alles okay. Ähm. Nur bleibst dabei selten, ne? Hahaha. Oh, hier ist Leguane. Oh, unten wilder. Ja. Zwei wilder. Greift ihr nicht an? Oh, shit. Ja. Wer? Greift mir an. Das Gute ist, dadurch, dass wir den immer schlagen, ist der immer im Zurückweichen drin. Ja, hab mich rutscht. Ich kann den immer gehauen. Hinter dir, hinter dir. Mach da hin. Da ist noch jemand. Ich kümmere mich um die Frau dort. Ja, geht jetzt. Ja, geht jetzt. Das ist natürlich ziemlich ungünstig, weil wir mit den Sperren nicht blocken können. Mit der Axt kann's blocken. Aber der Sperr ist noch stärker jetzt. Ja, der Sperr ist stärker. Ich hab' keinen Ausbau mehr. Ja, ich hab' ihn. So, muss ich gleich verbrennen? Ja, wir verbrennen gleich alle. Wir brauchen die Rüstung. Oh, mein Lagerfeuer. Ja, baue gleich ein Feuerchen. Ich trag die, die mal alle jetzt zusammen. Platzier's gleich dort, wo die liegen, dann müssen wir nicht. Ja, ich kann das nicht direkt da platzieren. Okay. Also drunter, du kannst ja nicht drunter bauen, aber vielleicht reicht das schon. Ja, die brennen. Ja, perfekt. Doch, wenn du verbrannt wirst. Jo. Eigentlich wollten wir Hasen sammeln. Stattdessen verbrennen wir jetzt irgendwelche wilden Menschen. Ja, das hatte ich ganz gut. Du musst dir mal vorstellen, eigentlich so ein übelst friedlicher Waldurlaub. Man läuft hier so ein bisschen lang. Man hört die Vögel zwitschern. Die Vögel zwitschern, die Hasen hoppeln und dann metzeln wir plötzlich irgendwelche Typen ab und verbrennen sie, um uns aus ihren Knochen Rüstung herzustellen. Ach herrje. Mit einem Ansprung glaube ich zwei oder drei Rüstungen kaputt gemacht. Ja, meine Rüstung ist auch weg und ein bisschen Leben. Also ich habe noch zwei, aber... Ja. Boah, aber ordentlich. Mit dem Katana konntest du doch blocken, ne? Oh, ich habe irgendwie anscheinend schon maximale Knochen irgendwie vorher. Dann stell dir direkt alle Rüstungen her, die du kannst. Kann ich hier aus noch mehr? Nee, ich brauche noch mehr Knochen. Oh, es wird schon wieder so ein bisschen dämmerig. Ja, egal. Wenn ich also doch noch nicht genug Knochen habe, naja, egal. Was brauche ich jetzt noch? Seil oder Leder? Äh, einfach nur... Ja. Nicht mal Seil ist das doch nicht. Nee, ich konnte eine herstellen. Okay, nehmen wir hin. Aber der hier wurzelt ja noch. Hm. Ich brauche nur ein Knochen von dem. Das kannst du haben. Dann kann ich mir nämlich nochmal eine Knochenrüstung... Okay, habe. Wie viel Rüstung hast du jetzt? Warte. Gucken wir mal, ob ich noch eine herstellen kann. Wie sind das? Ich habe jetzt vier... Ich habe jetzt insgesamt vier Rüstungen. Ausgerüstet. Also ich habe nichts übrig, ne? Dort hinten ist ein Hase. Finde ein Knochen. Oder, nee, mir fehlt ein Pfeil. Jetzt haben wir nur sechs, okay. Dann habe ich auch vier. Ich habe zwei Knochen und zwei Legoren. Habe ich den Hase jetzt eigentlich mal... Hast du gerade einen Pfeil neben mich geballert? Oder war ich das? Nee, das warst du, weil ich nutze gerade keine Pfeile. Oh, wie ist ein Legowann? Okay, das heißt, ich werde wahnsinnig. Aber nicht mein Charakter, sondern ich. Achso. Das ist dann, du hast jetzt wahnsinnig schon bekommen. Nee. Also ich habe nicht nachgeschaut, aber ich glaube nicht. Okay, hab. Legowann, der verspottet mich. Der T-Bag meinst du? Ja. Und klick, 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 klick. Ich habe es gehört. Klick, 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 klick. So, warte mal. Ich habe jetzt dreimal Hasenfell und einmal Seil. Ist es da? Okay, einmal Seil nochmal herstellen. Einmal Seil bitte herstellen. Einmal Seil? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Müsste doch einmal Seil sein, oder? Oder habe ich nicht genug Seil? Vielleicht bist du voll mit Seilen. Seilen sind oben rechts. Nee, nee. Ich brauche diesen Stoff. Achso. Für Seil. Wie viel Seil habe ich? Ich habe sechs Seil. Na gut, das erklärt es. Mach ich das? Das ist gleich, was mir vor uns auch passiert. Ja. Weißt du, wir rennen hier durch. Führen uns übel zu überlegen. Wir haben einen übelsten Plan. Und dann, wir können nicht mehr richtig zählen. Und zwei Hasenfamilie. Perfekt. Mach Schuhe drauf. Legoworn. Mensch, ich bin wieder vom Letzt gestoßen. Perfekt. Wir müssen nur noch schlachten. Wird aber langsam dunkel. Meinst du, wir sollten uns direkt hier ein Lager, ein kleines Sohn-Einmal-Camp errichten? Gucken wir auch mal. Dann müssen wir nicht zurück ins Lager gehen. Ja. Oh, bei dir ist ein Wilder. Oh, denn? Ach doch. Da oben. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ich baue hier so ein Einmal-Benutzt-Zeit-Ding hier. Ja, aber hier ist ein Ego-Orden. Ah, wir können eh noch nicht schlafen. So zu hell, ja? Ja. Kann man Fackeln bauen? Bestimmt. Man konnte Fackeln bauen, dann brauchst du Alkohol. Das konntest du sogar an deine Axt dran machen. Ich habe einen Alkohol in den Schrank gestellt. Vielleicht nicht so die günstige Sache. Aber eine Schädelampe, aber dafür brauche ich Harz. Hab ich Harz? Und Schädel. Ich habe sogar Harz, weil ich ja so viele Bäume immer umgehauen habe. Dann kriegst du Harz haust, also du das umhauen? Ja, ich glaube schon. Okay, cool. Hier, okay. Hier ist jetzt unsere kleine Lampe. Cool. Ich glaube, das schreckt die ab. Ja. Hä, was ist denn da drauf schon Stein hier? Ach so. Ja, war mir gerade irgendwie komisch aus. Das ist, glaube ich, eigentlich ziemlich dumm, hier irgendwo dann nachts rumzulaufen. Ach, das ist Risikofaktor halt. Ja. Also, das kann man alles herbauen. Stockbeutel, Hasenfell. Dreimal Stoff und zwei Seile. Da habe ich jetzt vorher auf Y gesetzt. Ich glaube, das erschien mir beim letzten Mal sehr, sehr logisch, aber jetzt. Problem ist, ich habe noch zwei Snacks, aber wenn wir morgen früh aufwachen, haben wir Durst und Hunger. Das heißt, wir müssen eigentlich sowieso dann relativ schnell wieder zurück. Das ist dann ein Hasenfell und ein Seil. Ein Hasenfell und ein Steinbeutel. Ja, stimmt. Den kann man auch einmal herstellen. Ne, ich würde aber den Stockbeutel haben. Wie ging der Steinbeutel? Weißt du das noch? Steinbeutel, Kornrüstung, Brennende, Brennende Waffe. Oh, warte mal. Perfekt, ich habe einen Kirscher. Okay. Das Ding ist nicht, dass wir dann am nächsten Morgen sterben, weil wir so viel Hunger dann haben. Das wäre natürlich richtig bitter. Stell mal auch noch mal so ein Einmalfeuer auf. So ein kleines. Hast du noch irgendwie Fleisch oder so? Klar. Können wir über den Nacht drüber draufhauen? Ja, ich habe auch Ecken. Wenn du mit der Nacht drüber haust, dann ist er am nächsten Tag verbrannt. Nö, ja, vielleicht. Ja, ja, dann kann man es auch wegschmeißen. Egal, die gute Ecke. So breites Essen gibt nichts. Dann heile ich mich halt dadurch jetzt auch noch mal. Lass angefeuert, bringt er nicht das Anfeuern? Brennt das schneller durch? Anfeuern? Ne, das suche immer nur dafür. Perfekt. Boah, lecker Echse. ein bisschen noch hühnchen wie alles alles noch hühnchen wenn ich jetzt mein kleines fleisch fertig merke ich das seit über weißt du es dauert der balken ist so winzig der noch fehlt für die nacht aber es hat 300 jahre dieses gefühlt sind wasser schlauch und sei glaube ich also wir haben noch hasen fällstiefel die baue ich jetzt nicht unbedingt schlafen ich habe aus versehen was drauf gehauen mal sehen ob es am nächsten tag verbrannt ist okay es ist nicht verbrannt auch sogar noch mal noch ein hasen drauf für dich ich habe auch noch zwei leber aber wenn jetzt noch mal ein ist dann hast du genug das dann wieder volles leben bekommst ja wahrscheinlich einfach uns alle dauerhaft immer so ein bisschen überfüttern du kannst den zweiten erst perfekt danke da noch was da sind da noch drauf keine ahnung ist es einfach und kann man doch ins inventar legen ich glaube wenn es einmal gekocht ist kannst du nicht in den vater legen ich muss gerade meinen folgen beutel packen wenn man das feuer hier stehen lassen muss kaputt geht das so ein einmal feuer das geht dann von allein wieder kaputt ich würde sagen wir gehen jetzt langsam wieder zurück denn voll geht schon weichen überlänge jetzt klingelt dann auf dem weg noch ein bisschen hasen und sowas richtig auch mal so finden also hasen brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so nötig das einzige was ich halt noch herstellen kann mit hause ist der kleine steinbeutel kleiner stein hasen fällstiefel und wärmer ja aber das ist ja doch mal nicht so wichtig finde ich ja ja gut ich brauche halt extra brauchen wir brauchen eigentlich nur das oben ist wieder ein wilder er kommt direkt auf uns zu gerannt aufpassen wo er das hat und ich habe die konsole geöffnet der tod ja der ist dort warum eine konsole geöffnet hast keine ahnung ich habe nicht können so ein pfeil auf ihn geschossen vielleicht hast du einen kopffuß gemacht habe ich kopffuß ist tödlich ja war anscheinend gar nicht ich glaube die ist schon tot ne die ist noch nicht tot das könnte man schon abbauen dann musst du warten bis sie wieder raus guckt habe ich nicht nilamid nimm den einfach mal mit mir so eine schildkröte also ist der kiefer der schildkröte ja wenn du sie einmal geworfen ich mache mich langsam auf dem nachhause weg naja wird sie die zweite schildkröte mitnehmen dort oben ist noch jemand in deine richtung ich hole mir jetzt keine noch mit extra weißt du weil dann renne ich jetzt den ganzen weg die ganze zeit wieder zurück in der aber die hasen hat auch für sie wirklich tödlich instant tot ja sollte man häufiger machen ja darum können wir manchmal die ich kann es kann sein dass ich das geupdatet haben möchte früher nicht so gibt übrigens auch eine armbrust na ja aber eine armbrust ist neu also ist neu für alle die das häufiger spielen ist es nicht neu aber seitdem wir es zum letzten mal gespielt haben ja so kopftreffer sind halt immer tödlich das ist zumindest mal sehr gut zu wissen gut genau das weiß man doch das kopftreffer tödlich sind alter diese kackechse die rennt die ganze zeit im kreis ne liegt ein tote im baum und dann bleibt sie plötzlich stehen ach so du hast dann mitgeschleppt ja ich habe die ganze zeit mit aus ne ich hab glaube ich gar keine exe mehr übrig doch schon mal einer übrig gut meinheit wahrscheinlich ist also wir spielen halt auf schwierigkeit schwer wahrscheinlich ist das auch nicht super krass schwer knochen hart aber ich bin nur ein drüber ja überleben genau ich finde solange wir halten noch am anfang sind sollten wieder halten bisschen vorsichtig spielen ressourcen sparen was weiß ich und ich kann sich halt auch mit umhauen lassen die dinger kaputt gemachten die stecker nicht mehr mitgenommen ich dachte ich bin ja jetzt voll aber jetzt kann ich aber noch mehr mitnehmen den hast du jetzt auch gebaut aus dem bräuchten wir eigentlich doch dann habe ich auch das habe euch ja auch gesagt wir bräuchten jetzt noch rehe bis und dann vielleicht wildschweine weil dieser sperrbeute der wäre schon ziemlich nützlich und dann bräuchten wir eigentlich nur noch knochen und müssen zeug fahren und dann könnte man eigentlich schon in die ersten höhlen gehen wir sind ja eigentlich das darf man nicht vergessen wir haben es glaube ich in den ersten folgen gar nicht erklärt wir sind ja eigentlich nur hier auf der suche nach unserem sohn timmy der nach dem flugzeug absturz von einem wilden oder von einem rot geschmierten mann entführt wurde wer die ganze szene noch mal sehen möchte kann gerne in die erste angespielt folge reinschauen da sieht man das am anfang verlinkt das euch denke ich auch mal in der beschreibung dass er da direkt hin findet jedenfalls das eigentlich unsere aufgabe und wir müssen uns jetzt hier erst mal zurechtfinden und unseren sohn suchen es gibt hier auf der map verteilt höhlen und die können wir dann weiter durchsuchen und dort sachen finden wir uns dann helfen werden bevor es hat ja auch noch eine richtige story naja das ist ja die story mit dem kind ja 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 also es hat auch so eine hintergrund story wer der rote mann ist und so ja ja das wird aber dann noch alles aufgedeckt für euch und wir wollen euch hier auch nicht obwohl wir es schon gespielt haben wollen wir euch halt auch nicht spoilern irgendwie das soll halt aufregend sein für alle trinkt man noch ein schluck und so viele hände da müsste doch eigentlich extra viel extra viel gnochen kriegen ja der denkt sich einfach nö guck guck okay man kann mindestens noch mal trinken aber ich war schon ich gucke noch mal schnell zum beet war schon gestillt ich brauch dann eigentlich noch mal demnächst oder seien ja wenn wir da kommen und gucken mal was denn ist schon alles gewachsen ist es größer geworden die aloe vera ja die ist größer geworden und du hast glücklicherweise glauben wir dann gepflanzt richtig gut dann warten wir noch bis die richtig groß sind wir haben jetzt die aloe vera hier die können wir schon ernten oder ich finde die ernten ist die dann weg oder ich mache es einfach mal dies weg weg dann warten wir mal noch vielleicht werden die noch größer aber zumindest kann man bei den bärensträuchern jetzt immer bären ernten stimmt das ist ja die frage ob man dann vielleicht sagen wir werden die letzten alle wäre es dann einfach ab machen ein beet mit bären in ein bild mit ja mit diesen traurigen sehen beenden wir glaube ich diese folge ich habe keine knochen mehr scheiße ich habe noch ein paar ich gebe sie dir dann na gut die folge auch gefallen wie gesagt wenn ihr irgendwas haben wollt was ja unbedingt machen sollen unbedingt in die kommentare damit ja wir nehmen darauf im grunde bezug wir nehmen wahrscheinlich immer so zwei folgen auf vielleicht drei vier mal sehen wie was machen jetzt aber nehmen auf jeden fall bezug und versuchen das auch so ein bisschen mit einzubauen weil sie uns das sagt aus ihr wollt jetzt hier keine ahnung den super krassesten tempel gebaut haben den bauen wir euch schwierig die holzbeschaffung aber na gut das können wir auch schon denke ich darauf rücksicht ja genau na gut dann bis zum nächsten mal na gut ja na gut ja na gut ja